Was ist die Flächeninhalte zwischen 2 Funktionen? Von den allgemeinen Grenzen von a nach b. Gut, und ich nenne jetzt, ist schon a benannt, ich schreibe hier auch hin a. Und der, legen wir, bräuchten ja eigentlich das Integral von a nach b von f von x, dx erstmal. Das wäre sozusagen die Fläche unterhalb, also die orientierte Flächeninhalte, unterhalb von dieser Linie, komplett bis ganz runter. Dann hätten wir den Orangenen und den Weißen hier noch. Das ist ein bisschen zu viel, das heißt, das, was hier unten ist, ziehen wir ab. Also Minus das Integral von den Grenzen a, b von g von x, dx. So würden wir diese Fläche, diese orangene Fläche, bestimmen können. Und jetzt ist das auch ein bisschen, ja, es geht schon, man kann es berechnen, aber es gibt im Endeffekt noch eine einfache Rechenregel dafür. Die zeigen wir hier einmal. Und zwar kann man das einfach berechnen, indem man einmal das Integral macht von a nach b und die Differenz der Funktionen hier nimmt. Also wenn immer ihr sozusagen mehrere Integrale habt, die dieselben Grenzen haben, also dieselbe untere und dieselbe obere Grenze, und diese Integrale werden addiert oder voneinander subtrahiert, dann kann man das Ganze auch in ein Integral reinschreiben zusammen. Ach, richtig. Also was er sagt, das gilt mit Minus hier und das gilt auch mit Plus. Und wichtiger auch, wenn man das dann macht, wirklich das hier zuerst berechnen und soweit vereinfachen, wie es nicht mehr geht, und dann erst aufleiten. Okay. Gut, in diesem Beispiel über Betrag oder Ähnliches müssen wir hier noch nicht nachdenken. Es ist hier komplett oberhalb der x-Achse, also entspricht der orientierte Flächeninhalt, den wir hier berechnen, ja gerade auch dem tatsächlichen Flächeninhalt. Gut, und jetzt haben wir hier ein Beispiel. Okay, da ist g von x geht ein bisschen unterhalb der x-Achse. Und das Schöne ist, was wir euch jetzt direkt sagen können schon, es geht genau gleich. Der Flächeninhalt hier a ist auch das Integral von a nach b von f von x minus g von x dx. Ich werde euch fragen, warum ist das so? Der Teil beweist es uns mal, der Schlaumeier. Um zu beweisen, dass das, was der Herr Fähnrich gerade schon vorweggenommen hat, auch wirklich stimmt, habe ich hier drüben das Koordinatsystem nochmal hingezeichnet. Da drin ist auch nochmal die beiden Funktionen und die Fläche dazwischen. Und wir schauen uns mal an, was passiert, wenn man diese beiden Funktionen nach oben oder unten verschiebt. Ihre Position ändert sich zwar, die orangene Fläche bleibt aber gleich groß. Das heißt, wenn ich das mit orangener Farbe ausmalen will, brauche ich hier drüben genauso viel wie hier, hier oder hier. Also verschiebe ich doch jetzt beides mal so, dass beide Funktionen und damit der komplette orangene Bereich in diesem Intervall oberhalb der x-Achse liegen. Und jetzt überlegen wir uns das Ganze nochmal. So, ich habe es hier schon mal hingeschrieben, a1 und a2 sind gleich groß. Das Ganze ist nur etwas verschoben. Wie berechnet man a2? Naja, das ist derselbe Fall wie da oben. Wir machen das Integral und würden hier sozusagen einzeln berechnen. Erstmal die komplette Fläche unter f, das orangene plus das weiße, müssen dann das weiße noch abziehen. Und da oben haben wir schon gelernt, wir können das beides auch zusammenfassen, ist hier genau der gleiche Term wie oben. Was wichtig ist, das hat oben noch gefehlt. Das vergisst man manchmal wir auch. Wenn man solche zusammengesetzten Funktionen im Integral hat, macht hier einfach bitte eine große Klammer drumherum. Hier oben auch und hier auch. Dass das hier okay ist, dass man das so berechnet, haben wir hier oben schon gezeigt, ist es okay. Graphisch seht ihr, das und das ist gleich groß. Also stimmt das, was der Herr Fähnrich gesagt hat. Wir können, selbst wenn eine oder beide der Funktionen unterhalb der x-Achse landen, es genauso rechnen, über Beträge und ähnliches, müssen wir uns also, wenn es um die Fläche zwischen zwei Funktionen geht, erstmal gar keine Sorgen machen. Erstmal. Also, allgemein kann man sagen, wird eine Fläche a über dem Intervall a, b von den Graphen 2, Funktionen f und g begrenzt und gilt f von x größer gleich g von x für alle x aus diesem Intervall a, b, dann gilt genau diese folgende Regel oder diese Formel, die wir vorhin hergeleitet haben. Hier steht es noch und gilt f von x größer gleich g von x. Das galt bei uns die ganze Zeit vorher. Wir zeigen es mal. Ich springe mal zurück, wenn ich hier komme. Da f von x hier, jeder einzelne Funktionswert aus diesem Intervall war immer größer als jeder einzelne Funktionswert der anderen Funktionen aus dem Intervall. Beim anderen Beispiel genauso. Genau. Und zum Beispiel, wo das nicht gilt, müssen wir mal aufpassen, dass das gilt. Zum Beispiel, wo das nicht gilt, kommen wir jetzt und gucken uns die mal an. Wenn ihr euch das jetzt übernehmt ins Heft, bitte lasst auch hier wieder ein kleines bisschen frei. Da kommt nachher wieder eine Ergänzung dazu, wie man das Ganze im GTR macht, weil das noch ein bisschen anders ist. Deswegen, so wie in der letzten Stunde auch, lasst ein kleines Stückchen frei. Jetzt zeigen wir euch aber erstmal was in den Aufgaben. Aufgabe 1. Berechnen den Inhalt der Fläche, die von den beiden Funktionen f und g mit f von x gleich minus x hoch 3 plus x und g von x gleich minus 3x begrenzt wird. So, wenn man sich das anschaut, könnte man sagen, Moment mal, uns fehlen die beiden seitlichen Begrenzungen, wie wir sie hier bei unserem Beispiel noch hatten mit a und b, was sind auch die Integrationsgrenzen gewesen sind. Allerdings ist es so, dass hier die Funktionen anders die Fläche begrenzen. Ich mache mal ein Beispiel. Ganz bewusst, das sind jetzt nicht die Graphen zu den Funktionen hier, das seien irgendwelche beliebigen Funktionen, zum Beispiel einmal so und einmal so, dann grenzen diese beiden Funktionen auch eine Fläche ein. Und zwar hier. Und die Grenzen von dieser Fläche sind jetzt genau die Schnittpunkte der beiden Funktionen. Hier wäre jetzt sozusagen das a, der Beginn, wo wir integrieren müssen, und hier das b, das Ende, wo wir integrieren müssen. Also bestimmen wir zunächst mal die Schnittpunkte. Das Ganze könnt ihr jetzt auch mal selber probieren, ob ihr die Schnittpunkte von diesen beiden Funktionen rausbekommt. Wir zeigen euch dann gleich die Lösung. So, Schnittstellen sind berechnet, die beiden Funktionen gleichgesetzt und umgeformt. Ihr könnt euch das in Ruhe anschauen, wenn das Video pausiert, wie es funktioniert. Wir haben es jetzt oft genug gemacht. Als Ergebnis bekommen wir drei Schnittstellen. x1 gleich 0, x2, das habe ich falsch benannt hier, x2 wäre 2 und x3 wäre minus 2. Ups, jetzt haben wir plötzlich drei Stellen. Ich habe vorhin davon geredet, naja, wir haben dann zwei. Gut, es ist aber auch möglich, dass zwei Funktionen drei Schnittstellen haben. Stellen wir uns zum Beispiel einfach mal diesen Fall hier vor. Eine Funktion und noch eine Funktion. Dann gibt es hier drei Schnittstellen. Auch diese Funktionen hier schließen eine gemeinsame Fläche ein. So, jetzt kommt noch eine Stelle, wo wir anfangen müssen, aufpassen. Und zwar, wir erinnern uns daran, unsere allgemeine Regel, die wir vorhin aufgeschrieben haben, hier ist sie, hat besagt, das Ganze, dass wir das einfach so machen können, gilt, wenn im gesamten Intervall, in dem wir das machen, zum Beispiel f größer ist als g. Hier bei uns ein Anfangsbeispiel, kein Problem, da war das überall so. Hier, wenn wir jetzt so einen Fall haben mit drei Schnittpunkten, haben wir einmal, dass diese Gerade oberhalb der Funktion ist. Dann müssten wir also die Gerade minus der Funktion machen in diesem Intervall. Und hier liegt diese Funktion oberhalb der Geraden. Dann müssten wir zuerst die machen, minus der. Ja, deswegen müssen wir jetzt Teilintervalle anschauen. Einmal von hier bis hier und von hier bis hier. Und das ist kein Problem, denn durch die dritte Nullstelle, die dazwischen liegt, wir haben eine bei minus 2, dann kommt die bei 0, die bei 2, haben wir Teilintervalle. Die notieren wir uns jetzt erstmal. So, mit Hilfe der Schnittpunkten habe ich jetzt zwei Teilintervalle aufgeschrieben. Und wir müssen uns dazu überlegen, für jedes Teilintervall, welche Funktion von f und g liegt denn über der anderen. Auf jeden Fall wissen wir, dass im gesamten Intervall, das sieht man deutlich an der Skizze wie hier, immer eine Funktion über der anderen liegt. Wenn dazwischen drin ein Wechsel wäre, dass plötzlich die andere Funktion oben liegt, müssten wir einen weiteren Schnittpunkt haben. Es gibt nur diese drei Schnittpunkte, also haben wir nur einmal den Wechsel, wo die eine Funktion über die andere geht. Erst im Intervall, wir überlegen uns am besten eine Stelle, die dazwischen liegt. In diesem Fall können wir sagen, wir überlegen uns mal minus 1. Minus 1 ist auf jeden Fall im Intervall drin. Wir schauen mal, f von minus 1. Minus 1 hoch 3 wäre minus 1. Dadurch, dass ein Minus davor ist, wird daraus plus 1. Minus 1 ist gerade 0. Wir überlegen uns g von minus 1. Minus 3 mal minus 1 ist 3. g hat einen deutlich größeren Funktionswert. Also können wir sagen, g von x ist größer gleich f von x in diesem Intervall. Also noch genauer, für alle x aus diesem Intervall. Gut, dann schreibt ihr das doch mal für das zweite Intervall auf. Wir zeigen euch gleich, wie es richtig heißen muss. So, im zweiten Intervall habe ich jetzt wieder einen Wert genommen, der genau dazwischen liegt. f von 1 ist 0, g von 1 ist minus 3. Und dann wird eindeutig klar, jetzt müssen die Funktionswerte von f über denen von g liegen. So, jetzt können wir den Flächeninhalt für das eine Intervall und für das andere genau so berechnen, wie wir es hier in unserer Regel gesehen haben. Wir müssen nur immer daran denken, die Funktion, die in diesem Intervall drüber liegt, kommt zuerst und von der ziehen wir die andere Funktion ab. Das heißt, im ersten Intervall kommt zuerst g und wir ziehen f von x ab. Im zweiten ist dann so wie in der Regel erst f und wir ziehen g von x ab. Das wäre jetzt unser dritter Schritt, nämlich Flächen der Teilintervalle berechnen. Probiert mal selber aus, ob ihr das schon hinbekommt mit der Regel. Okay, anschließend schauen wir uns zusammen die Lösung an. Okay, hier wären wir unsere beiden Teilflächen, a1 und a2. Für a1 machen wir das Integral von minus 2 bis 0. g von x minus f von x, da hier ja die Funktion g über der Funktion f liegt, wie wir im letzten Schritt herausgefunden haben. Fürs andere machen wir f von x minus g von x. In beiden Fällen haben wir hier zunächst mal die beiden Funktionen, die hintere Funktion von der vorderen, subtrahiert. Dann eine gemeinsame Funktion gebildet, die wurde dann integriert, die Grenzen eingesetzt nach allen Regeln, die wir schon kennen. Und bei der ersten Funktion kommt 4 raus, bei der zweiten Funktion kommt in diesem Fall ebenfalls 4 raus. Was aber nicht immer der Fall sein muss. Die einzelnen Teilschritte dafür könnt ihr euch, wenn das Video passiert, nochmal in Ruhe anschauen. Wenn euch irgendeine Umformung nicht klar ist, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dazu fragen. Wir sparen uns jetzt die Details hier zu erläutern, wie gesagt, damit es einfach vorangeht. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. So, jetzt fehlt natürlich noch ein letzter Schritt. Das sind nur die beiden Teilflächen. Wir wollen natürlich jetzt den Gesamtflächeninhalt wissen. Und das ist dann sozusagen auch unser letzter Schritt. Viertens, Gesamtflächeninhalt. Na ja, und da müssen wir nichts anderes machen, als die einzelnen Teilflächen, die wir haben, zu addieren. Dann, Groß A ist gleich A1 plus A2. Dann haben wir 4 plus 4. Und dann haben wir den Gesamtflächeninhalt 8. So, wir haben das jetzt hier gelöst, ohne wirklich ein GTR zu haben, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie die Funktionen wirklich aussehen. Wir haben es nur ungefähr vorgestellt. Wir werden jetzt diese Aufgabe gleich nochmal machen, als Aufgabe 2 mit GTR. Und werden uns dazu dann auch wirklich mal genau die Graphen der Funktionen anschauen und sehen. Unsere Überlegungen hier waren genau richtig. So, wir kommen zur Aufgabe 2. Es ist dieselbe Aufgabe wie vorher, aber jetzt berechnen wir es mit dem GTR. Und die zwei Funktionen hat der Teil im Taschernahmen schon mal eingetippt. Wir gucken sie uns gerade mal an. Jetzt können wir sie angucken und sehen hier, das ist auch ungefähr das Bild, was ich verteilen, vorhin mal ungefähr skizziert hat. Zufällig sah meine Skizze genauso aus. Reiner Zufall. Die Schritte sind aber jetzt zumindest am Anfang dieselben. Wir brauchen die Integrationsgrenzen, das heißt die Schnittpunkte. Die berechnen wir hier jetzt mal mit G-Solve. Und Intersection, also F5. So, jetzt hat er die eine. X ist minus 2. Jetzt kann man nach rechts klicken, dann kriegt man die andere. 0. Die brauchen wir in dem Fall gar nicht, aber wir sehen, das ist dieselbe, die wir vorhin berechnet haben. Und 2. So, wir kennen jetzt also die Schnittpunkte und damit auch wie vorher die Teilintervalle. Und vorher haben wir geguckt, in den beiden Teilintervallen, welche Funktion ist oberhalb der anderen. Jetzt brauchen wir das nicht machen. Warum? Das sehen wir gleich. Wir gucken jetzt nämlich mal, was passiert, wenn wir einfach F von X minus G von X machen und das zeichnen lassen. Der Teil macht das mal. Macht hier Y1 minus Y2. Und damit es nicht zu verwirren, das blenden wir die anderen aus. Genau. Über Select auf die Funktion gehen und Select, dann sind die anderen beiden weg. So. Und wir zeigen uns das mal. Und jetzt sehen wir auch, vorher war ja im ersten Teilintervall G von X größer als F von X. Da wir jetzt gemacht haben F von X minus G von X, kommen in diesem ersten Teilintervall von minus 2 bis 0 negative Funktionswerte raus für F von X minus G von X. Und im zweiten Teilintervall positive Werte. So. Wenn wir hier jetzt einfach integrieren würden mit den Grenzen, die wir wissen, von minus 2 bis 2, hätten wir wieder dasselbe Problem wie in dem vorangegangenen Video. Nämlich, dann würde ja der orientierte Flächeninhalt berechnet. Und da das negative Flächeninhalt wäre, das positiver, würde 0 rauskommen. Und das wäre garantiert nicht die gesuchte Fläche. Das heißt, wir machen genau dasselbe, was wir im ersten Video gemacht haben. Wir nehmen hier die Betragsfunktion von dem Ganzen. Das heißt, wir gehen wieder auf Shift und Catalog, also Shift 4 und 4. Wir nehmen die Abs-Funktion, Absolut-Funktion und der Betrag. Jetzt müssen wir uns wieder eintippen, Y1 minus Y2. Und dann sehen wir auch wieder, wenn wir es zeichnen, der erste Teil ist wieder so nach oben geklappt. Das sieht ein bisschen lustig aus. Und jetzt berechnen wir den orientierten Flächeninhalt, der jetzt aber auch der Flächeninhalt zwischen den beiden Funktionen ist. Über die Solve, das Integral, also hier, genau. Und von den Grenzen von minus 2. Das sind jetzt genau die Schnittpunkte, die wir vorhin berechnet haben. Genau. Den zweiten Schnittpunkt 0 brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir über den komplett hinweg integrieren können. Denn das Teilintervall ist hier nicht interessant, denn sie sind beide positiv. Dann können wir auch in einem Schritt durch integrieren. So, und wunderbar. Der orientierte Flächeninhalt, also auch der Flächeninhalt, ist 8, wie vorhin, wo wir das von Hand berechnet haben. So, wir notieren uns als Lösung für die Aufgabe. Die Graphen haben Schnittstellen bei X1 gleich minus 2, X2 gleich 0 und X3 gleich 2. Wichtig, das bitte nicht vergessen, denn man muss ja auch wissen, woher kommen eigentlich die Integrationsgrenzen. Und dann geht, dass wir die Fläche bekommen über das Integral von minus 2 bis 2 von der Betragsfunktion f von X minus g von X dx. Das Ganze ist 8. Wir brauchen natürlich hier nur die beiden außenliegenden Schnittstellen, minus 2 und 2. Die in der Mitte brauchen wir, wie wir es schon drüben am GTR erläutert haben, nicht. Gut. Dann habt ihr jetzt zum einen gesehen, wie das Ganze von Hand funktioniert, bei Aufgabe 1. Hier habt ihr gesehen, wie das Ganze mit dem GTR funktioniert. Wir werden jetzt kurz noch bei dem allgemeinen Teil ergänzen, einen Satz zum GTR dazu. Und dann war es das auch schon für heute. Wir springen also kurz zurück. Also, die allgemeine Regel ist, bei Berechnung des Flächeninhalts mit dem GTR verwendet man die Betragsfunktion Betrag von f von X minus g von X anstatt der Funktion f von X minus g von X. Hier ist es jetzt egal, ob f von X größer als g von X ist oder andersrum. Wenn wir die Betragsfunktion verwenden, dann müssen wir das nicht mehr überprüfen. Das ist ganz schön. Gilt aber wirklich nur dann, wenn es mit dem GTR macht. Also, das könnt ihr nur verwenden, wenn ihr es mit dem GTR macht. Weil der GTR kann die Betragsfunktion integrieren. Von Hand können wir das nicht. Gut, damit werden wir durch. Und, wie gesagt, in der nächsten Stunde üben wir das noch. Wenn ihr was nicht verstanden habt, verwenden die Kommentarfunktion. Ansonsten bis zur nächsten Stunde. Macht's gut. Tschüss. Tschau.